Moin Leute und jetzt werden die Ärsche gefakt in einer Hunde MB3 dabei sind Flirtlos, Zipper und Tuckrecks. Oh kacke ich muss die Klass nochmal neu einstellen. Und dann machen wir das gleiche in dem Video und zwar machen wir Challenges. Das was ich mit Niklas schon hatte und dann diktier ich der Diktator, brau niemal die Klassen. Also braun. Als erstes die MP5 mit Rotpunkt ohne alles, abgesehen vom Rotring. Zeitdorfer MP9 mit Schalldämpfer. Hab ich. Splittergranate und Rauchgranate. Nicht so schnell Rauchgranate. Warte, das nimmst du jetzt nicht auf oder? Doch. Dann wissen die doch genau was das für eine Klasse ist. Können wir dann immer mitspielen. Ja, dann musst du mir dann aber sagen, wer ich als erstes kommt, weil ich hab das ganz anders. Ja, ja, sag ich dann. Ja, das sagen wir dann vor der Runde so immer. Perks Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit. Attentäter. Attentäter. Und Lagebericht. Ah, Lagebericht. So. Abschlussserien, Unterstützung. Unterstützung, das war Drohne, Stairsbomber und Escort. Ne, Abwurf. Abwurf, Escort, genau. Und als Todesserie gut erholt. Ja. So, zweite Klasse. Ja. Die Barrette ohne alles. Die Barrette ohne alles. Ich muss das erstmal mal wieder finden, ne? Dann. Die Handfeuerwaffe MP412 ohne alles. Ach, dieses Scheiße. Ja, dann. Das Warfmeister und der Störer. Und der Störer. Wo ist der Störer? Da. Docks Extrembedingung. Ja. Schnellziehen. Ja. Meisterschütze. Und Meisterschütze. Jawohl. Gehst du in die Spezialistenabteilung. Ja. Nimmst den Hardliner und die Fingerfertigkeit. Hardliner und die Fingerfertigkeit. Und dann machst du deine Hand nochmal ruhig. Meine Hand ruhig halten. Genau. Und wenn der Todesjahre gut erholt, die kommt überall rein. Gut. Was kommt jetzt? Dritte Klasse in Stormgewehren M16A4. Das ist die zweite Stormgewehr. Die Dreischussbetriebene. Ja. Ohne alles USB-Taktik. Als zweiter für den Handfeuerbereich. USB-Taktik? Ohne alles. Mhm. Samtex und Blendgranate. Samtex und Blendgranate. Jawohl. Extrembedingung. Extrembedingungen. Hardliner und Meisterschütze. Hardliner und Meisterschütze. Genau. Und dann gehst du in den Abschlussbereich mit Storm. Storm. Drohne, Vorräte, Tiefleger. Und Tiefleger. Warum hat sich das eigentlich geändert? Keine Ahnung. Dann gehst du auf deine nächste Klasse. Ja, Klasse 4 sind wir. Nimmst deinen Lieblings-MP. Die PP90M1. Oh ja, ich liebe sie einfach. Aber ohne alles. Ja, das ist mir klar. Die PP90 ohne alles. Warte, ich bin noch nicht so schnell. Die PP90. Ohne alles. Was sind die PP90? Ach so, ja. Na Handfeuerwaffe. Dann nimmst du Samtex. Ja, ich müsste auch Taktikmesser wegpacken, ne? Samtex. Samtex und Erschütterungsgranate. Ja. Blinde Überwacher. Blinde Überwacher, ja. Schnellziehen Pro. Schnellziehen Pro, ja. Und Stalker. Und Stalker. Dann gehst du in den Abschlussbereich wieder in den Storm. Ja. Drohne, Vorräte und Kampfhubschrauber. Ja. Und Kampfhubschrauber. Der geht voll ab. Dann gehst du auf die letzte Klasse. Die, nimmst du die Skyl mit doppeltem Aufsatz? Mhm. Die Skyl. Rotpunkt und Schalli. Aufsätze, Rotpunkt und Schalldämpfer. Zweitwaffe in Reihenfeuerwaffen. Skorpion ohne alles. Skorpion ohne alles, ja. Die Samtex und EMP-Granate. Und E, ähm, P, ja. Fingerfertigkeit, Schnellziehen, Stalker. Fingerfertigkeit, Schnellziehen und Stalker. Dann gehst du wieder in den Storm-Bereich. Ja. Drohne. Ja. Predator, Reaper. Ja. Und Reaper, gut. Dann haben wir's. So. Dann fangen wir mal an. Spiel suchen. Und die Challenges werden fünf Runden gehen. Für jede Klasse eine Runde. Und die Person, die die meisten Games mit der Klasse gewonnen hat, ist der Säger. Und dazu soll gesagt sein, die, wenn zwei Personen gleich viele Kills gemacht haben. Und der... Kommen die Assists dran, ne? Oh nein. Und die andere Person weniger Kills gemacht hat. Dann wird noch ein Mädchen mit der selben Klasse gemacht. Okay. So lange, bis einer die meisten Kills hat bei uns rein. Also nicht von der... Nicht vom ganzen Team, sondern unter uns rein muss einer die meisten Kills haben mit deiner Klasse. Ja. Dann fangen wir auch mit der AP5-Klasse an. Ich hab für Mission gestimmt. Ich weiß ja nicht, wie ihr stimmt. Underground. Mission. Mission. Doom. Ja, jetzt. Bacara. Doom. Da gehst du Doom. Doom. Ich liebe Doom. Ha 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 ha. Ah, scheiße. Fack. Kack. Hab ich... Habt ihr... Habt ihr euch? Was ist mit mir los? Hä? Lalalala. Warum MP5 mit Rotpunkt? Wie habt ihr das denn ausgesucht? Das ist einmal richtig beschissene Klassen. Naja. Das ist mal falsch. Oh ja, dann muss ich danach wieder meine guten, schönen Klassen wieder einstellen. Ja, das ist ja Absicht. Schlechte Klassen, damit man uns mehr anstrengt. Da ich hab bei der MP5 eigentlich meine G36C dran, deswegen heiße ich auch G36C die Klassen. Nein, keine Gnade. Ne, Down, das ist mein Lofi, ich kann's vergessen. Ich laufe eh in einem anderen Weg. Oh, da hat er's gemacht. Oh ja, genau. Campert damit das Glock in dieser Huran-Bock. Ich krieg hier nicht mit. Diesen Kurzen Aschern. Ah, du. Alter. Akimbo Nutan. Und meine Tasse... Und meine Maus spackt schon wieder. Okay, nimm mal zwei. Halt's mal rein. Ich mach's ganz nervös. Ich so. Alter, Vorteil. Ich hab' keine Munition mehr. Du musst deine Zeitwaffe rausnehmen. Skorpion. Nein! Ah, kacke. Der kämmt da immer noch mit seiner scheiß Waffe. Ab. Ich bin Buhure. Von hinten genutzt. Das glaub ich nicht mehr an. Oh, Flötler ist fit, würd ich mal sagen. Jojo. Ich bin letzter. Nein! Oh, der knick mit seiner scheiß Skorpion da, ne? Der schimmelt voll rum. Der regt nicht ein bisschen auf. Oh, gib der mir einen Headshot. Ähm, Wax, ich... Oder... Der, der da hinten ist, bei dem wir uns wollen. Ja, Wax, da ist einer. Du müsstest nach vorne gehen. Ich seh' da gar nicht mehr. Scheiße, Alter. Hier drüber, da. Ja, der ist schon weggerannt. Wo schimmeln die denn bitte? Der kam von hinten. Ich hab den ganz kurz danach erst gekillt. Ich hab's so gut vorgelegt, ne? Und dann... So was. RPG-Fotzen-Knecht hier bei uns im Team. Aufklärungsdrohner online. Schluck dies. Nein! Akimbo, Alter. Nur Lappen... Ey, schon wieder FMG 9 Akimbo. Oh, Fatze. Killt er mich. Feindliche Boden-Luft-Lakete entdeckt. Feindliche AH-6-Überwachung nähert sich. War nicht cool. Aufklärungsdrohner online. Obwohl ich gegen... Das war nicht gut. Das war nicht gut. Daumenkill. Ach, wir haben ja... Oh, nee, wir haben ja ganz viele blinde Gerotter. Nein! Dann bin ich der Erste, der durch dieses Scheiß... Aufklärungsdrohner online. Oh, mein Gott. Ich wär schon wieder fast rausgegangen. Ey, die AH-6. Hol dir mal jemand runter, bitte. Ich hab nix, ne? Ich hab nix, ne? Ne, von dem anderen Team. Geht's die weg? Ja, die ist weg. Nein. Jetzt geht's hier ab, hier, Kinder. Oh, Down hat gut vorgelegt. Hure, legt er mich noch rum. Ey, Mann. Auf Eng-Gang-Messern, das... Alter, das war... Sniper-Hardscab, der war bestimmt im Hardscab-Modus. Wunderbar. Oh, gleich wird's wackeln, gleich wackelt's. Einkillen, oh. Das ist eindeutig zu wenig. Ah, wo sind denn die? Nein, von hinten. Spanische Aufklärungsdrohne im Anflug. Ey. Scheiße, ich hab schon Aufklärungsdrohne erfasst. Tracks-Aufklärungsdrohne, geh und fick deinen Vater, Junge. Nein. Leg dir Hobbyszuschuss auf ganz ohne. Nein, ich wurde erfasst. Oh. Ich hab heute nur recht, ganz ehrlich. Ich auch. Deswegen war ich jetzt auch getötet. Ich bin jetzt ja kein Wunder, wenn man perfekt auf der Map eingestellt hat. Ey, ich hatte die Waffe, ganz ehrlich. Wer kommt... Oh, da ist er schon wieder, da ist er schon wieder. Wer kommt denn bitteschön darauf, dann Schalldämpfer auf... Ähm... Scheiße, schon wieder was drauf zu machen. Das gibt's doch. Ja. Der hat echt... Lack gesossen. Jawoll, ich bin hier drinnen. Wie kann ich dieses Ding erfassen? Hat der... Hat der Kommando Pro oder was? Alter, fick dich die Scheiß auf, wenn du mich wieder erfasst, dann... Bumm, sich dein Vater in den Arm. Geht doch. Alter. Hab was schickes. Nein! Ich hab erst so gut vorgelegt, ne, und dann... Fickt euch. Hier, äh, Rex, mach keinen Kills, Männer. Alter, wer klaut mir den... Rex, du Arsch doch, Alter. Du hast gesagt, er macht keinen Kills, Männer. Und jetzt wird's wackeln. Wackeln, 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 wackeln. Und jetzt wird's... Wackeln, wackeln, wackeln. Wackeln, wackeln. Wackeln, wackeln. Wackeln, wackeln. Hätte ich... Hau rein, Dias! Bis zur nächsten Folge! Welche Waffe kommt jetzt? Ah!